Hä, du zieht bei mir grad immer noch rechts, wenn ich nicht nur in die andere Richtung drück. Deine Tastatur kaputt oder wie? Wow! Alter! Was war das? Was war das? Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Wieder zu ner Folge Curve Fever mit i4, Fresh Fries, Natze und meine Wenigkeit, Emgy muss mit. Konnichiwa! Konnichiwa. Weg da! Da komm ich nicht weg. Ich muss hier mal das Feld halbieren da. Ja, da machen wir mal schnell. Und dick. Wenn du dick hättest. Da wollte Fresh in die Offensive gehen, hat nicht ganz so hingehauen, ne? Muss ich, was soll ich da unten machen? Keine Ahnung, Däumchen drehen. Dann schaffen wir die 5. Wie die 5? Die maximal 5 für den letzten. Ne. Da glaub ich mal gar nicht dran. Dick holen mal mehr Items. Ja, mach ruhig. Na, scheiße. Fuck. Hauptsache nicht letzter. Der Eifi, der ärgert mich. Ohhhh. Ja. Armes Natze. Kann ja ich auch noch kommen zum Ärgern. Und Fresh. Fresh hilft auch mit. Ficker. Da steht dir ganz recht. Mach ne Lücke! Das kann nicht sein! Der fährt 3 Kilometer rum ohne ne Lücke zu machen. Danach hab ich aber gleich 2 gemacht. Ja, ist ja schön! Oh, ey. Ich ärgere dich nicht. Nein, überhaupt nicht. Man sieht das genau, wo meine Lydia angefangen hat. Er macht extra einen Bogen, um mich zu kriegen, ey. Oh, der drin! Nein! Nein! Yes! Genau noch im richtigen Moment! Ah, wunderbar. Wunderbar! Eifi fährt um raus. Oh, ich sag's nicht. Ach, scheiße. Sehr schön. Ex Verbindung. Nö. Ich hab keine Lust zu radieren. Ja, dann lass's bleiben. Dann radiere ich meine. Ja, ich auch. Dann komm, ich hol noch mehr Items. Ja, mach ruhig. Alter, wie fett willst du mich noch machen? Boah, und da ist keine Lücke drin. Nein, überhaupt nicht. Hä? Wieso bin ich durch die Wand nicht mehr gekommen? Weil keine Wand mehr da war. Also war wieder Wand. Oh, come on. Egal. Fuck, ey. Oh, das war nicht schlecht von Alex, aber... Ah, shit! Ich hab keine Chance. Jetzt will Alex das aber wissen. Ich hätte den Kringel weiterfahren müssen. Naja, egal. Scheiße. Jetzt schenkt er ihm die Punkte. Aber unter 10 ist noch drin. Das wär machbar. Ja, egal. Scheiße drauf. Mann, da macht er wieder Arlet. Sei nicht so still, Fresh. Rede mit uns. So. Es geht ja mal gar nicht, dass ich Fresh hier konzentrieren darf. Nee. Ist aus, ist verboten. Der gehört abgelenkt. Ja. Rede mit uns. Ballersack. Jetzt kommt er hier durch. Die Wand. Jetzt geht die Wand wieder an. Jedes Mal. Ich halte wieder meiner. Boah, das war knapp. Bin ich mal genau an der Wand dran. Mann. Uh. Da hat er aber viel Platz, unser Fresh. Erstmal. Würde ich jetzt mal zumachen. Er liegt. Das sieht so aus, als würdest du genau in mich reinfallen. Und dann kriegst du auf einmal die Kurve, weißt du? Ja, jetzt hab ich aber verschissen. Du hast aber von unten bis komplett hoch einen Strich gezogen ohne eine Lücke. Fresh. Kann passieren. Ja, Wahnsinn. Ja, Items. Ja, Items. Wir werden gedreht. Gut, dass du es gerade gesagt hast. Zurück. Nein, ich wollte radieren. Boah. Oh, ein Eifel stirbt vor mir. Hör nach. Yes. Come on. Uh. Kann man ein bisschen rankommen hin. Halt die Fresse. Hör nach. Da macht er uns fett. Der Wahnsinn. Ich. Ah. Nein, du Lacken. Eifel ist gut unterwegs, ne? Da wollen wir uns mal wieder ein bisschen konzentrieren hier. Nö, Natze. Das wird überbewertet. Du kommst da nicht. Du vergisst es. Du brauch ich auch gar nicht. No, dann kriegt er doch ein Radiergummi. Ja, Items. Mhm. Das war aber alles bei Eifel. Das ist doof. Na, scheiße. Ich konnte mich schon wieder nicht entscheiden, wo ich lang wollte. Und dann kam der Wendekreis auch noch hinzu. Naja. Ja. Naaa. Nein, da kommt die Wand. Komm, wo das ist? Oh. Eifel zieht ihr da vorne. Alle auf Eifel. Nö, nö. Du, ihr seid ja so mit mir beschäftigt. Was? Wir gehen doch nicht auf dich los. Nein. Unter 15 ist es hier. Du meinst es nur immer. Keine Ahnung. Schön Eifel ausgeschalten. Fuck, hier ist keine Lücke. Die ich nehm kann. Hast du jetzt gegen den Tisch geschlagen oder wie? Warum machst du so n Bullshit? Weil ich es kann. Achso. So. Ich hätte ein Stück weiter fahren müssen. Ah. Hätte ich die Wendekreise auch gekriegt. Oh, jetzt tut meine Hand weh. Oh. Hat ja gleich ne Aua gemacht. Ja. Ah. Du Penner. Was kann ich dafür? Du hast das Item eingesammelt. Oh, stimmt. Boah. Gott sei Dank. Alter. Alter. Das wollte ich auch haben. Alter. Wie er sich um die Items bettelt. Episch. Bettelt sich doch keiner. Oh. 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 Komm, sag i4 ausgeschalten. Oh. 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 Ich will mich holen und fährt dann voll gegen die Wand. Helft mir mal bei i4, ohne Witz. Was mach ich da? Ich denk, ich will mir das Item holen, dann denk ich so, hm, bisschen kacke. Ja, wenn man sich irgendwie entscheidet. Alter, wie starte ich denn, ey? Mehr Item. Mach hinten zu! Geht schlecht, bin unsichtbar. Was mach ich? Was machst du? Ich war gerade wieder sichtbar, wie man vielleicht sieht an einem Mini-Strichter. Easy going, die Runde. Mehr Items. Mach oben zu, Alex! Mach zu! Mach anständig zu! Er macht wie ne Muschi zu. Nämlich gar nicht. Er will da eh nicht durch. Wow! Scheiße! Auf einmal war ich schnell. Na, Ivy verkackt schon. No! Oh, Fresh kommt ran. Nice. Komm, jetzt! Aber Fresh holt das Ding nicht. Jetzt gehen wir alle auf Fresh. Ja, alle auf Fresh. Ja, super! Bitte! Her damit! Ich will es haben. Nein! Nee, nee, so nicht, Alfie! Wie sind da noch aneinander vorbeifahren?! Fack! Wohin mit mir?! Eiffel ist vor mir gestorben. Und er radiert, aber ich vertrutsche. Yes. So. Ja, komm. Lass uns jetzt davon. Was denn? Ich bin ursprünglich auf Eiffel gegangen. Dann bist halt du in der Nähe gewesen. Was hast du denn? Ich habe genau gesehen, dass du auf mich gegangen bist. Boah. Schaltet man schon andere Leute als erstes aus, aber Lass meint trotzdem, hey, die gehen alle auf mich. Ja. Ab und zu bist du echt behindert im Kopf, oder? Nein. Nee? Ab und zu? Immer. So, wie viele Buffs kann Fresh noch kassieren? Weiß ich nicht. Er schenkt ihm den Sieg. We are the champions, no time for losing. Trotzdem machen wir noch eine Runde. Ja. Da haben wir heute schon zwei von drei gewonnen, die wir gemacht haben. Ja. Alle draußen? Ja. No. Ja. Die Runde läuft jetzt komplett anders. Einer war noch nicht. Garantiert. Und Eiffel ist raus. Eiffel war mal wieder zu langsam. So. Ja. Starte. Ach, ist wieder drin. Ja. Oh, MG und ich sind punktgleich. 3, 2, 1, go. Wow. Und? Kann ich mir jetzt auch nichts kaufen von? Nee, kannst du nicht. Nee. Hey, du zieht bei mir gerade immer noch rechts. Wenn ich nicht nur in die andere Richtung drück. Dann wird die Tastatur kaputt, oder wie? Oh, die Tastatur hat... Wow! Alter! Eiffel hat einen schnell eingesammelt, obwohl Natze auch. Okay. Also sind wir die Gelackmeierten. Wow. Der Lord der Langsamkeit. Man nannte ihn auch Natze. Hä? Eiffel hat gerade mega gelackt bei mir. Jetzt wieder, glaube ich. Nee, doch nicht. Er will da hin. Nee, er will da hin. Man glaubt es nicht. Ah! Geht doch. Du hast nicht dich selbst langsam gemacht, Alter? Immerhin habe ich einen Punkt. Nicht letzter. Das ist die Hauptsache. Meine Glück hat es! Hm. Nein, er hat er das zuerst gekriegt. Ja, dann kriegst du das. Aber spiel das gerade noch. Dann nehme ich das, den hier. Nein! Frisch ist gemein. Wir werden gleich gedreht. Nein! Scheiße! Scheiße! Nur auf mich konzentrieren. Oh nein! Nein! Wieso guckst du nicht runter? Wäre so lustig gewesen. Oh, wie ich mich durch die Lücke noch durchgequält habe. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich da durchkomme. Wir werden gedreht. Oh, nichts Neues. Frisch, der kann nicht abwarten. Jetzt ist das Drehen vorbei. So, ich habe mich abreagiert. Nein! Deiner mieser Pisser, Alter. Klein und mies passt. Pisser nicht, oder was? Ne. Ah, ich kriege das nicht mehr. Ah, jetzt kann ich rumziehen. Dann hole ich mir das. Und dann hast du freie Auswahl. Dann ist das Strich. Ah, komm! Oh, perfekt. So ein Lacker. Irgendwie ziehen wir gerade die Runden ein bisschen in die Länge, ne? Wieso? Ach, keine Ahnung. Mir kommen die Runden so lang vor. Mann! Da komme ich nicht weg. Du bist echt ein Pisser, ey. Boah! Nein. Ja, das geschieht dir recht. Auf jeden Fall. Alex, du musst immer anders denken. Immerhin nicht letzter. Ja. Schon alleine für den Spruch müssten wir jetzt alle auf dich gehen. Was wir eigentlich sowieso tun sollten, weil du ja Erster bist. Wieso mache ich mich langsam? Oh, da kommt er da. Oh, noch raus, ey. Boah! Was sage ich? Wie ich mich da durchgequält habe! Alter! Oh, ich komme nicht durch. Fuck. Das war ein Fehler im G. Nein! Jetzt macht er mich fett! Aber ohne Scheiß, wie ich mich da durchgequält habe. Wie habe ich das nur angestellt? Mit Sheets. Ja, definitiv. Anders kann ich mir das auch nicht erklären gerade. Haben die Sheets mal doch funktioniert. Alex. Das war ein Fehler. Boah! So. Noch ein paar Buffs. Vorsicht, wir werden gedreht. Boah. Scheiße. Locker, easy. Ja, ich wollte euch nur drehen. Und zwei habe ich ja erwischt. Leider nicht drei. Ja, und wenn. Ich hätte das Dreh-Item gerade gekriegt und alles. Also. Wäre zu einfach gewesen. Wer radiert denn hier schon wieder? Da habe ich nochmal den Schlenker gemacht. Ja? Um ein bisschen Platz zu holen. Um dir Luft zum Atmen zu holen. Was mache ich da? Warum fahre ich da lang? Da komme ich diesmal nicht durch. Jetzt das Duell. Nein, schade. Nichts. D-du-du-du-du-Duell. Ey, starte genau vor der Wand. Hatte jeder schon von uns. Ja. Wir können mit dir mitfühlen. Tun es aber nicht. Ah, nix. Oh. Weißt du, hast den Bogen schon rum? Dann springt das Ding zurück und du hängst in der Wand rein. Oh, sehr gut. Das war ein Fehler. Man hätte rausziehen können. Der Fisch ist dick. Nee, du bist der Dicke von euch beiden. Ja, im echten Leben schon. Ja, im echten Leben schon. Da ist dick gar kein Ausdruck mehr. Wieso hat er sich wieder zugenommen, weil er sich nicht bewegt? Dem ist jeder Weg zu viel. Normalerweise wäre er ja heute nicht da gewesen, aber er wollte sich ja nicht rausbewegen. Der faule Sack. Fuck. Er macht mich langsam. Er ist fett und träge geworden. Ja, das war der. Das war doch klar, dass das kommt. Ich wollte nur mal abwarten, was du magst. Ja, was soll ich machen? Ich töte mich selber. Der ist richtig itemgeil. Kann das sein? Wer? Frasht. Natürlich. Wenn nicht er, wer sonst? Nein! Sehr gut, dass der MG da gegenüber ist. Sonst hätte ich nicht mehr weiter gewusst. Jetzt weißt du aber nicht mehr weiter. Weiß ich auch nicht. Du hättest links nochmal rausfahren können. Ah ja, durch die selbe Lücke, durch die ich gekommen bin. Genau, die ist breit genug gewesen. Oh, ey. Mach doch mal Fresh anständig zu. Ja, wie denn? Nein. Nicht du. Nein. Meinte Eif hier. Puh, das war knapp. Oh. Wer ist zuerst gestorben? Nein. Nein. Yes. Aber genau wie er aufeinander zufährt. Jetzt muss ich schnell machen. Ja, da kommt er durch. Nein. 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 Ich bin da durchgekommen. Weil du eine Lücke gemacht hast. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, ich fahre jetzt entspannt durch die Wand. Und dann war da gar nicht die Wand. Jetzt kommt er da nochmal durch. Du Pisser. Du Pisser. Ich sehe ich schon, ihr macht das schon. Nein. Nein. Oh, der Wahnsinn. Hättest du mal ratiert. Wollte ich ja nicht. Ei, ei, ei. Selbst schuld, ne? Am Ende. Ja. Da hast du dir selber auf die Finger geklopft. Hä? Auf einmal war ich noch schneller. Ja, nein. Da kam das Item ein bisschen blöd, ne? So unerwartet. Relativ. Ciao, Eiffel. Eiffel ist an Dauernd AFK. Irgendwie schon. Ja. Wasser. Du fährst doch nicht. Der hat echt cool ausgesehen. Ja, irgendwie schon. Der hatte viel Schönes. Wolltest du mich nicht wegmachen? Ja. Naja. Mal ein paar Punkte machen jetzt. Ja. Wird überbewertet. Nutze. Ja, ist klar. Boah, jetzt zieht er auf einmal rum, du Penner. Und ich krieg sogar noch zwei Punkte. Ja. Wieso? Ich werde hier schon wieder verarscht. Na, Eiffel, wir fährst wieder hin. Das war jetzt. Huh. Fuck. Jawoll. Mach ich denn jetzt da? Da hat er mal fresh getötet. Halt auf Eiffel. Hier. Nö. Nö. Ey, dann gehen sie selber gegen die Wand extra so. Nö, das wollte ich nicht. Ich wollte die Lücke hinten nochmal nutzen. Hab aber den Radius verkehrt berechnet. Komm. Nö, 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 Nö. Ey, ich schaffe das bestimmt noch. Nein. Doch. Oh. Ist das Feld schön dicht zusammengerückt? Ja. Komm, Nö, jetzt fresh und i4 ausschalten. Er kommt hier noch durch. Zum Glück helfen sie munter mit. Jetzt macht er mich langsam. Ah, kommt er nicht ran? Oh. Nein. Yes. Shit. Das kommt davon. Hat ja klappen können. Hätte. War ohne Millimeterarbeit. So. Komm nochmal, Natze. Nochmal so schön zusammenarbeiten. Dann wären wir halt Erster und Zweiter. Ich nehm sogar extra den Zweiten. Der fährt durch die Lücke ganz entspannt. Nö. No, ich bleib da hängen, ey. So. Komm schon. Geht gleich böse aus. Bei mir geht's böse aus. Fuck. Warum machst du ihn nicht schneller? Ja, ich... Nice. Ich dachte, ich bin noch schnell. War ich aber dann doch nicht mehr. Man. Ja, was hat das jetzt mit dem Item zu tun? Ja, weil mir das nix bringt, wenn ich gegen die Mauer fahr. Ja, ich bin noch ein bisschen. Ich bin noch 20. Ja. Ja, ich bin noch 20. Wir werden gedreht. Nein, die Wand ist wieder da. Nein, wir werden zurückgedreht. Yes! Fuck! Mg ist dran! Huh! So läuft's! Nein! Zum Glück verkackt er! Ja! 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 So! Perfekt! Mg hat mehr im Glanz! Yes! Yes! Und eigentlich bringt Mg den Sieg! Oh Mann! Oh Mann! Ja! Vom letzten zum ersten! Puh! Pff! Wart für'n Kampf! Aber gewonnen! Ja! Das ist zumindest was wert! Wir bedanken uns fürs Zusehen! Und ja! Wenn's euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben! Oben in der Infobox sind noch ein paar Videos für euch! Um weiter zu gucken! Weiter mit uns Spaß zu haben! Und wir sagen Ciao und Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! Ciao!